Oah, geil. I love it. Ja, zwei Mutierte. Macht euren Job. Bisschen Munition sparen hier. 3 hab ich auch noch nicht gehabt, ey. Ey, warum machst du meinen Mutierten kaputt? Der hat dir nix getan. Ah, das liegt drüben, das ist da weg. Scheiße, Flieger. Ich hab grad ganz andere Probleme. Achso, das sind meine. Hallo. Oh, scheiß Köder. Was? War grad ein Köder oben. Gar nicht mitbekommen. Ist die andere? Oh ne, ich hab gedacht, die wär jetzt auch leer. Oh, das war jetzt hart. Boah, Alter. Oh, das war jetzt hart. Oh ne, ich hab dich drin. Ich muss Alan. Go. Die klatschen mich an. Down. Sorry. Willkirks. Zu spät reagiert. Ja, ach so. Alle Birks weg. Fuck. Fuck it. Oh, what no god, hier. Ja. Hast du noch Zombies? Keine Ahnung, du hast gerade den Juke gehauen. Ja, aber es war ja kein Ende. Da. Aua. Boah. Scheiße, ja. Ja, wir müssen dir unbedingt ein Bier besorgen. Das ist ja wie so ein Alkoholiker. Du brauchst unbesigen Bier. Ist mal gut jetzt? Kannst du mal holen? Kannst du das alleine ohne mich? Ja, ja. Hier oben auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht zu viele tot machen. Tschüss. Tschüss. Bier ist erstmal unwichtig. Ich brauch Cola, Alter. Oh, Cola. Ah, jetzt wird's lustig. Muss den Affen hauen. Tut mir leid. Es kam sonst nicht an. Ich hab auch einen Affen geworfen. Er läuft. Ich hab eigentlich einen Affen geworfen, weil wegen... ... Oh, 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 oh. Nein, 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 Bro. Ach, scheiße. Ich hab halt meine Dingo verloren, ne? Ah, das ist mies. Aber wenn ich hab die Wunderwaffe noch... Aber wenn du sie wieder raus holst, ist sie wieder gepuncht, ne? Aus dem Köfferchen. Wo ist denn eigentlich das Köfferchen? Wir brauchen erstmal noch einen Zombie. Ich hör einen. Hier. Ja. Okay. Lässt du mal bitte leben? Gehst du mal in die Kiste? Ja. Oh, da bin ich auch noch einer. Ja, Mensch, ja. Weißt du, da bist du die ganze Zeit und irgendwann ist die Konzentration so im Arsch, dass du einen Fehler machst und dann... bumm. Ja, ich war am Nachladen. Ja, ich war grad auch am Nachladen. Ey, wo ist denn die Kiste? Ach, hier unter mir. Scheiße. Wo ist denn die Kiste? Na, ich hab mal Geld. Da geht das. Ja, da unten? Was mochten die da unten? Ja, August. Hast du Mühe schon? Ja, Müll hab's geholt. Müll hab's wohl geschafft, ja. Okay, alles klar. Läuft. Da geht's. Schreiber, Pfarrer, O. Guck, was ich jetzt kriege. Boah. Ne Raketenwerfer. Ich wünsch dir die Dragon. Dragon hab's schon noch. Ach so? Dragon, Wunderwaffe hab's schon noch. Ich hab nur die Dingo verloren. Na, toll. Hätt's nicht die Wunderwaffe verlieren können? Schön, Raketenwerfer. Ich hab das Zeichen. Komm, verlier mal die, äh... Die Wunderwaffe, dass ich mir die ziehen kann. Hey Maker. Hey Maker, mit Schnellfeuer ist echt böse. Ja. Ja. Na ja, Volltreffer. Wie du schon wieder mehr getötet hast, wie ich? Weil ich schon wieder ein paar Mal gestorben bin. Ey durch das, durch die Wunderwaffe. Naja, klar. Achso, naja, okay. Stimmt, mach wieder. Mach dir alles kaputt. Ja. Ja, dann kannst du dir jetzt ruhig mal aus den Hand geben und mir geben. Leg einfach auf den Fußboden. Hättest du schön selber. Weil wir spielen hier zwar kein CSGO, aber... Ja, geht das glaube ich, ne? Ja, ich hab ne Trash Punch hier noch. Besser, aber... Lange nach. Wo ist denn die Kiste? Ah... Ah, ja, okay. Bin noch mal. Irgendwo bei mir in der Nähe. Bin noch mal. Bin noch mal. Bin noch mal. Bin noch mal. Naja, ist ja fast bei mir in der Nähe. Ach, tot. Ah. Ring, ring, ring. Ring-a-ding-ding. Ja, ein Elf. Ja, jetzt kommt wohl wieder, ey. Hier, halt mal fest. Lauf ich mal daneben stellen? Guck mal, jetzt hopsen sie zu zweit. Kann der jetzt nicht mehr. Der einfach an mir vorbeiläuft, ey. Wie ist das Kind? Aufmerksamkeit. Ja. Hallo, nein, nein. Hallo. Hallo? Bikki, ja. Maximaler Munition. Diese Russ ist bereit. Unbegrenzt Ressourcen hat. Oh nein! Boah! Was machst denn du? Da kriegt man ja Schaden. Ich wollte ein Foto machen. Du kriegst du deinen eigenen Affen schalten. Oh, Schiatt. Jetzt los. Oh, ich muss nachladen. Jetzt bin fertig. Freigeschalten, Flex. Achso, ich hab ein neues. Ah. Jetzt weiß ich, was du mit den Visieren meinst. Okay. Nachladen. Ich hab den grünen Kals um mich. Achso. Du bist also was Besseres, ja? Ich roll mich an, ja. Was? So ein Affenwurf? Ja. Ja, ja. Weil ich hab vorne strom angemacht. Weißt du, ich munitionsporn? Den munitionsporn? Boah, das ist alles neu. Was? Ne, ich weiß nicht, von was du redest. Nachladen. Ich wollte halt nicht schon wieder die ganze Zeit halt die, äh, die Dragon benutzen, weißt du? Weil, ich glaub, das wird mit der Zeit dann richtig langweilig. Allerdings ist der Spruch auch ein bisschen krass. So, mutiert? Ja, hab schifft da Trash. Ah, okay. Ich sah so lange gerollt wegen mutierten, heißt er. Komm, gibt's, gibt's auch nochmal einen für mich, so. Mal zwei mutierte rumlaufen hier. Noch, vielleicht noch mal? Lust? Oh. Ich muss nachladen, bro. Hm, nicht gut, nicht gut. Ja, die Trash ist scheiße für die Ecke hier oben. Ja, ja. Aber GG. Ja, nur, nur, nur schlecht. Nicht schlecht. 38 ist völlig in Ordnung. Wollen wir noch Kaugummis kaufen gehen? Ah, Kaugummis. Was, 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 was? Ja, gibt ja auch die Video-Machen. Oh, gut gemacht, oder? Ja. Ja, ja. Ah, wenn dieses Outro nicht immer so... Was haben wir denn hier? 25 aufgestiegen. Die Locos auf 8. DRM auf 7. Argus auf 6. Äh. Verwandeln sie 80 Zombies hab ich. Ah, ne Visitenkarte. Okay. Tarnung. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Dann habe ich, erreichen sie 100, ne 1500 Abschüsse mit dem ZF Reflex. Okay. Was ist denn das hier tägliche Herausforderung? Ja, keine Ahnung. Präzisionsarbeit. Ich glaube, das war das mit dem, äh, mit der Sniper. Egal. Und drei Flüssigkeiten bekommen. Nice. Ich hab vier. Ja, vier, vier sogar, ja. Vier. Durch die, äh, tägliche Quest. Schön. Sehr schön. Gehen wir jetzt nach Kaugummis kaufen zusammen und dann... Mach mal Schluss. Ich hab ja sechs. Ich hab auch sechs. Äh, haben wir beide sechs. Dann, warum kriegst du endlich mal hier... Ja, ich hab schon echt lang keinen, keinen extra süchtig mehr gehabt. Ah, ich krieg wenigstens beides, äh, doppelte Punkte und Munition doppelt. Dreimal Insta. Läuft. Und stabil. Ins... extra süchtig. Und zweimal Nuklearwinter. Ich hab extra süchtig gezogen. Ich nicht. Ach, fuck you. Fuck you. Fuck you. Na, hab schon jetzt. Drei Stück wieder. Naja, oh. Laser markieren. Rein, rein machen, ja. Oh, was hatten die Locos jetzt dazu bekommen? Ja. Hat die hier Schnellfeuer? Ah, ne, Schnellfeuer hatte ich schon drin. Was fällt, Visier? Ja. Ähm, Argus? Oh, die hat ja... Die hab ich nach gar nichts aus... ausgewählt. Hauen wir doch mal das hier rein und... Laser markieren, oder? Ach, warum nicht? Ist egal. So, liebe Zuschauer da draußen. Auf der ganzen Welt. Lass doch einen Daumen nach oben da und eine Bewertung. Nur. Wie immer halt das Spielchen. Und Pro sagt Tschüss. Tschüss. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder gute Nacht. Oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.